Hey Leute und willkommen zu der ersten Folge der FIFA 19 Trainerkarriere. Jawohl, die Vollversion von FIFA 19 ist draußen. Auf meinem Kanal wird es eine Trainerkarriere geben. Damit fangen wir eben heute an. Dann wird es noch eine Torwartkarriere geben. Heißt eine Karriere als Torwart. Ja, die kommt auch am heutigen Tag. Ja, die habe ich jetzt aufgenommen. Verlinke ich euch einfach mal rechts um beim i, falls sie schon online ist. Sobald dann die PS4-Version draußen ist, wird auch eine Co-op-Spielerkarriere kommen. Heißt, wie die das nicht kennen, hatten wir auch schon FIFA 18 gemacht zusammen mit Jan. Machen wir jetzt zu FIFA 19 auch wieder zusammen mit Jan. Natürlich, Leute. Wisst ihr Bescheid. Das ist eine Karriere, wo wir uns beide unseren eigenen Spieler erstellen. Und dann eben eine Spielerkarriere quasi zusammen in einem Club machen. Ja, seid auf jeden Fall gespannt. Abonnieren lohnt sich. Für die, die neu auf meinem Kanal sind, würde ich mich natürlich freuen. Ist freiwillig, ist kostenlos. Und ja, wie gesagt, lohnt sich. Dann verpasst ihr nichts. Denn es kommen ganz, ganz viele coole Sachen auf meinem Kanal. Natürlich kommt auch PES, muss ich dazu gesagt haben. Ja, für die, die jetzt Ultra-PES-Hater sind oder so. Also es kommt auch PES. Verlinke ich euch einfach mal rechts um beim i die Trainerkarriere. Es gibt auch eine Verteidigerkarriere in PES. Und eben auch eine Trainerkarriere. So, jetzt labern wir aber nicht lang rum, sondern starten hier diese Trainerkarriere in FIFA 19. Ja, die Vollversion ist draußen, zumindest für mich, da ich bei Origin bin. Und ja, aufgrund deiner Fortschritte in der FIFA 18 Karriere hast du Anspruch auf folgende Verbesserung. Blabliblub. Aber das machen wir nicht. Wir nehmen auf jeden Fall keine Verbesserung hier mit. Lädt Aktualisierung herunter. Das ist ganz geil. Ich werde euch jetzt einfach mal sagen, ich habe lange überlegt. Ich habe echt lange überlegt, zu welchem Verein ich gehen soll in der Trainerkarriere. Ja, letztes Jahr war es ein Drittligist. Es war Hansa Rostock. Dieses Jahr, aufgrund der neuen Lizenzen, wird es eine Mannschaft aus der La Liga sein. Ja, die La Liga ist ja jetzt voll lizenziert, komplett dabei. Und mit allen Stadien und blablabla. Außer eben das Camp Nou von Barcelona, das ist ja bei PES. Ähm, ja. Und dann habe ich mir überlegt, hey, machst du mal eine Karriere in der spanischen Liga. Ja, und wir werden zu dem FC Sevilla gehen. Ja, das habe ich mir jetzt einfach mal überlegt. Also nicht von, ja, ganz unten bis nach oben arbeiten. Ja, das machen wir dieses Mal nicht. Äh, das hatten wir, wie gesagt, schon letztes Jahr bei FIFA 18. Ähm, dieses Jahr werden wir bei FC Sevilla starten. Ist ja auch kein Top-Verein, sage ich jetzt mal. Ist halt ein guter Verein. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Die spielen, spielen die Champions League oder Europa League? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall eines der Wettbewerbe spielen sie bestimmt. Also wenn sie, äh, wenn sie die Champions League nicht spielen, dann spielen sie Europa League, denke ich. Und da können wir die ganzen neuen Layouts mal sehen. Und, äh, das ist einfach ganz cool, finde ich, da mal die neuen Stadien zu sehen. Nicht immer zu gewinnen mit Sevilla, weil es ist ja so eine Mannschaft, die vielleicht nicht unbedingt immer gewinnt. Aber, ähm, es ist halt eben so eine Mannschaft, die schon ganz gut ist. Und, äh, ja, wir nehmen hier diesen Typen, würde ich jetzt einfach mal sagen, in, äh, Hemd und Schlips. Ja, es gibt leider noch immer keinen Editor wie in PES. Finde ich eigentlich immer viel, viel geiler. Wenn man dann seinen komplett eigenen, äh, ja, Charakter einfach erstellen kann. So wie man es in der Spielerkehre auch machen kann. Wäre es voll cool, wenn man das halt auch hier könnte. Aber, äh, ja, kann man halt nicht. So, wir heißen natürlich, äh, Michael Maik. Ähm, letztes Jahr weiß ich gar nicht, wie hier, haben da so einen bescheuerten Namen gehabt. Aber dieses Mal machen wir einfach Michael Maik. Ist auf jeden Fall geil. Und wir kommen aus Deutschland. So, dann hier. Das ist tatsächlich ein neues Layout. Das andere war ein bisschen anders. Sieht ein bisschen cooler aus hier jetzt. So, Schwierigkeit. Ah, es gibt natürlich bis ultimativ jetzt alles. Das letzte Jahr habe ich mich mit Legende einfach getan. Aber wir lassen es erstmal auf Weltklasse. In der Demo habe ich auf Weltklasse, ja, das ein oder andere Mal gewonnen. Aber auch oft verloren. Deswegen lassen wir es einfach mal auf Weltklasse. Und wenn ich merke, ja, das, äh, kann ich auf jeden Fall hochstellen. Dann stelle ich das hoch. Aber für den Anfang auf Weltklasse. Sechs Minuten pro Halbzeit ist super. Euro ist super. Europapokal ist natürlich hier aktiviert. Transferfenster. Das erste Sommertransferfenster würde ich mal deaktivieren. Das finde ich einfach doof. Ähm, wähle, welche Teamversion verwendet werden soll. Ursprüngliche Mannschaften, aktuelle Teams. Natürlich aktuelle Teams, ja. Stadion ist dabei. Mega cool. Und das würde ich sagen, starten wir rein hier. Mike ist bereit, den FC Sevilla in Sturm zu nehmen. Äh, das wird sehr interessant. So, Glückwunsch, Herr Mike. Das klingt ziemlich beendet. Aber naja. FC Sevilla wurde zu einem Vorbereitungsturnier, blablabla. Ja, ja, nehmen wir an. Ähm, Vorbereitungsturnier würde ich schon gerne machen. Denn, ich habe noch kein einziges Spiel in, äh, FIFA 19 gemacht. Ja, in der Demo schon. Aber ich habe noch kein einziges hier, äh, im richtigen Spiel gemacht. Und, äh, ja, wir gehen einfach mal hier in die, in die Gruppe hier. Kickt man immer noch gut Geld. Und das sind dann doch ein paar andere Teams hier mit AS Rom und Köln. Das geht auf jeden Fall noch klar. Ja, und hier haben wir jetzt diese neue Animation. Das ist cool. Sehen wir jetzt, wir sehen nur dieses eine, ne? Ja, okay. Okay, man sieht tatsächlich nur dieses eine Dingens da. Also, Champions League wurde ausgelost. Schade, dass man das nicht mit jedem sieht. Das finde ich echt schade. Gruppe A haben wir Barcelona, Dortmund, Brügge, blablabla. Hilfe, das geht so schnell. Sind wir irgendwie dabei? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt, natürlich, Leute, könnt ihr gerne Vorschläge reinschreiben für, äh, Spieler. Welche Spieler ich mir holen soll. Auch irgendwelche anderen Tipps, Leute. Immer, wenn ihr Tipps habt, schreibt einfach, äh, einen Kommentar. Ich lese das auf jeden Fall alles. Also, äh, das ist überhaupt kein Problem. Okay, das sieht extrem cool aus. Man kann hier jetzt durchswitchen. Hier die Gruppen von dem Vorbereitungsturnier. Hier die Champions League. Ich glaube nicht, dass wir drinnen sind, aber wir gucken trotzdem einfach mal durch. Hier werden uns rechts dann auch die Spiele angezeigt, ja. Also, von den jeweiligen Gruppen, äh, wer da gegen wen spielt, wird uns alles schön angezeigt. Das ist mega, mega cool. Das feiere ich auf jeden Fall. Also, in der Champions League, soweit ich das gesehen habe, sind wir nicht drinnen. Europa League vielleicht? Okay, wir sind auch nicht in der Europa League. Das ist ein weiteres, cooles Ziel. Habe ich nicht gewusst. Tut mir leid, Leute. Also, ich habe da am Anfang ja gesagt, dass, äh, Sevilla ja wahrscheinlich in der Europa League ist. Ähm, bin ich auch von ausgegangen. Anscheinend, äh, dann doch eben nicht. Äh, wir sind hier in irgendeinem Finale vom Super, Super Copa, ja. Ähm, Hauptsache irgendwie, äh, Austria Wien spielt bei, äh, in der Europa League mit. Aber, äh, sie will ja nicht. Ja, machst du nix. Das ist aber mega, mega cool. Weil, das heißt, wir haben ein weiteres Ziel. Und zwar eben die Champions League, beziehungsweise Europa League zu erreichen. Für die nächste Saison. Ja, also, das ist, äh, wirklich sehr interessant. Habe ich tatsächlich nicht gewusst. Aber, das heißt, wir dürfen dieses Jahr auf jeden Fall die La Liga genießen. Und, äh, wir husteln da auf jeden Fall gut durch, denke ich. Ähm, wir werden, Trainerkette-Videos werden schon definitiv genug kommen, damit hier gleich zweite Saison, wisst ihr Bescheid. Und dann, äh, geht das auf jeden Fall los, ähm, mit der Europa League. Also, wie gesagt, das werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber das macht überhaupt nichts. Ich habe immer noch genauso viel Bock, wie gesagt. Dranbleiben lohnt sich, äh, irgendwann sind wir dann auf jeden Fall. in der Europa League, beziehungsweise Champions League. Das ist unsere Mannschaft. Wir lassen die jetzt einfach mal so und spielen das allererste Spiel gegen AS Rom. Dann können wir mal gucken, wie uns das so gefällt, wie wir das verändern. Und, äh, ja, auch vom Schwierigkeitsgrad her, keine Ahnung. Wir starten einfach rein. Let's go. So, da haben wir das erste Spiel gegen AS Rom. Eine gute Mannschaft, muss man sagen, ja. Ähm, die Fans sind ultra laut. Boah, Junge. Alter. Ich muss die auf jeden Fall ein bisschen runterstellen. Für euch sind die, glaube ich, immer noch genau gleich laut. Okay. Bisschen runtergestellt, ähm, ja. Zwei Spiele übrigens immer pro Folge. Wer das noch nicht kennt, also, zwei Spiele pro Folge. Das mache ich immer so. Auch natürlich in der Torwartkehle. Mal gucken, in welchem Klub wir da sind. Das will ich noch nicht verraten. Aber es ist auf jeden Fall was Deutsches. Erste Liga, zweite, dritte, verrate ich nicht. Aber, äh, guckt da, wie gesagt, unbedingt vorbei. Ähm, ja. Ja, wir haben den Trainer jetzt einfach mal ausgestellt. Dieses Time-Finishing will ich aber nochmal anstellen. Das habe ich, äh, gerade vergessen. Das stelle ich gleich nochmal an. Dass es diesen Balken anzeigt, sobald ich das Time-Finishing probiere. Ähm, ja. Und dann gucken wir uns den Rest einfach mal an. Ich lebe mich mal so ein bisschen ins Team ein. Dafür ist das Vorbereitungsturnier ja auch gedacht. Ich werde jetzt kein absoluter Profi sein, die ersten paar Spiele. Ähm, aber, sobald wir dann eben in die Liga rein starten, wollen wir natürlich dann richtig gut spielen. Äh, deswegen, ja. Vorbereitungsturnier. Let's go. Boah. Erste gute Chance für Rom. Ähm, wer mein Feedback zu FIFA 19 hören will, ich verlinke euch das Video auch immer rechts oben am i. Äh, da habe ich mein Feedback abgegeben zu FIFA 19. Äh, das war das erste Mal Demo-Spiel. Ja, wenn ich da noch ein paar neue Meinungen habe, werde ich das natürlich im Laufe des Let's Plays immer wieder, äh, erwähnen. Falls mir da was positiv, beziehungsweise negativ auffällt. Aber, was ich noch sagen kann, das haben auch ein paar Leute geschrieben, da stimme ich auf jeden Fall zu, dass es wirklich hektisch ist. Ja, das muss man sagen. Schade, das hätte was werden können. Ähm, also, hektisch trifft es echt gut. Hektisch trifft FIFA echt gut. FIFA ist das Gameplay einfach zu schnell. Und in PES ist es... Ja, ich finde es in PES eigentlich ganz gut. Also, ich finde es gar nicht zu langsam in PES. Also, in PES finde ich das Gameplay ganz geil. So von der Schnelligkeit. Also, hier ist es echt hektisch. Aber, macht trotzdem Bock. Wow, der hat mich übelst gestreckt. Elf Meter. Junge, die Fans, Alter. Meine Ohren, was ist das? Voll der komische Sound, finde ich. Keine Ahnung, ob das... An was das gerade liegt. Aber er hat mich übelst gestreckt. Elf Meter. Der allererste Elf Meter in FIFA 19. Ich habe in der Demo keinen einzigen geschossen. Und, äh... Ja, aber sollte sich ja zu FIFA 18 nicht viel verändert haben, hat sich scheinbar auch nicht. 1 zu 0. Yes. 1 zu 0 durch den Elfmeter. Banneger hat es gemacht. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Bisher auch... Ich weiß nicht, ob es verdient ist oder nicht. Ich kann es nicht genau definieren. Also... Ja. Ha. Also, AS Rom hatte schon Chancen. Auf jeden Fall. Auch gute Chancen. Aber... Wir auch. Wir durchaus auch. Und das wäre echt eine 100%ige gewesen. Klar, ich hätte sie wahrscheinlich vergeigt mit dem neuen Schusssystem und so. Aber es wäre echt eine super Chance. Und... Ja. Da geht der Elfmeter auf jeden Fall klar. Kann das hier bitte mal weggehen? Was ist das denn schon wieder für einen Bug? Dankeschön. Oh! Der Torwart hält diese riesen... Chance. Weil ich einfach scheiße bin. Mann, ich will... Ich mache den Flachschuss sehr gerne. Ich habe den auch zu FIFA 18 voll aufgemacht. Und dass ich den jetzt irgendwie komplett kompliziert machen muss, das ist für mich ultra die Umstellung. Man muss ja... Man muss ja... Man muss ja R1 und L1 und dann schießen. Das ist für mich... Komplett RIP. Und... Äh... Ja. Deswegen verkacke ich oft die Flachschüsse und die anderen Schüsse sowieso. Aber... Ja. 11 Meter 1 zu 0 geht auf jeden Fall klar. Weil den hätte man jetzt auch machen können. Dann wäre es schon 2-0. Beziehungsweise wenn ich den Elfer verkackt hätte oder gar nicht bekommen hätte. Ja. Vielleicht wäre das dann hier das 1-0. Also ihr wisst, was ich meine. Geht in Ordnung. Das wollte ich einfach damit sagen. Und... Ja. Mal gucken. Hoffentlich verspielen wir das in der zweiten Hälfte nicht. Sondern legen einfach einen noch oben drauf. Oh. Was war das denn wieder für eine Scheiße? Ne. Ist grad nicht passiert, oder? Ey. Ja. Kommt der Ball in die Mitte. Und dann grätscht der De Rossi hier nochmal mit rein. Dadurch kriegt... Ja. Sonst hätte ich geschossen. Also De Rossi hat hier den Ball getroffen. Sonst hätte meiner geschossen und wahrscheinlich auch ein Tor gemacht. Der Rossi hat gegen seinen Torwart gespielt. Und dann Latte und der Torwart haut ihn weg. The fuck, Alter. Oh. Das kann ich zählen. Das ist ein Abseits-Tor. Ja. Das stimmt auch. Eis Rom jetzt mit viel mehr Ballbesitz. Die geben richtig Gas. Wechseln tun wir nicht, weil diese Schnellwechsel ultra scheiße sind immer. Finde ich im Pass viel besser gelöst, dass man das selber auswählen kann. Ähm... Ja. Also... Eis Rom. Die machen richtig Druck. Haben richtig viel Ballbesitz jetzt gewonnen. Ähm... Aber... Die sind noch nie zu einer krassen Chance gekommen. Nur jetzt gerade eben. Aber zum Glück abseits. Jetzt müssen wir mal wieder zu einer krassen Chance kommen. Komm. Das ist doch gar keine schlechte Voraussetzung, wenn man da hätte weiterrennen können. Das hat leider nicht mehr geklappt. Und jetzt den Ball verspielt. Ich bin echt absolut kacke noch. Oh. Alter. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Glück. Okay. FIFA ist altmodisch. Man muss hier rausgehen. Die Schnellwechsel waren... Waren... Ja. Gab es zu FIFA 18 schon. Zu PES 18 nicht. Aber sie sind deutlich besser in PES jetzt als in FIFA. Das ist leider so. Naja. Wir wechseln jetzt trotzdem einfach mal. Wir haben keinen LM mitgenommen. Also da haben wir sowieso ein bisschen... Wir müssen ja andere Formationen wählen. Da haben wir eine Schwäche. Weil... Wir haben... Für die Formation sind wir nicht gut ausgerüstet. Ja. Wir müssen jetzt einfach ihn hier reinpacken. Hat mir FIFA ja auch vorgeschlagen. Und ihn packen wir in die Innenverteidigung hier. Also Formationen würde ich eine andere... Äh... Wählen. Und in den Taktiken dann noch ein bisschen was einstellen. Ich habe jetzt auch mal auf sehr defensiv gerade gestellt. Weil... Die letzten 10 Minuten... Und alles rum macht richtig Druck. Heieiei. Oh. Krass. Okay. Wir haben richtig Schwein. In diesem Spiel hatten wir richtig Schwein. Das 1 zu 0 durch den Elfer gemacht. Ein Abseits-Tor von AS Rom. Einmal Latte. Und wir... Gewinnen das Ganze mit 1 zu 0. Ha. Das war nur Glück. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar. Wir hatten die eine oder andere Chance. Die eine oder andere gefährliche. Aber AS Rom hatte deutlich mehr gefährliche Chancen. Ja. Drei Schüsse, drei aufs Tor. AS Rom hatte zehn Schüsse. Aber auch nur drei aufs Tor. Aber... Im Großen und Ganzen muss ich zugeben, dass AS Rom besser war. Auch wenn nur ein ganz kleines bisschen. Aber sie waren besser. Äh... Hat trotzdem nicht gereicht. Wir haben gewonnen. So läuft das. So. Wir verändern jetzt ein bisschen was hier an der Aufstellung. Ja. Für die Standard... So. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schlaue KI, nur am Grätschen und immer zu spät. Oh, fuck. Boah, ey, das ist unglaublich, ne? Alter, wie nervig das ist. Boah, Alter, das wäre die erste gefährliche Chance gewesen. Die erste Ecke jetzt hier. Komm, Halbzeit. Okay, einmal haben wir die Latte getroffen. Das war jetzt die zweite gefährliche Chance von uns. Köln viel gefährlicher als wir, aber unser Torwart ist einfach richtig gut, das muss ich sagen. Der hat echt viel gehalten. Wenn ich das alles reinschneiden würde, würde das den Videorahmen sprengen, da das Video eh schon lang genug ist. Das ist immer so, das erste Video von einem neuen Projekt, von einer neuen Karriere ist immer lang. Aber er hält echt viele Bälle und er hält echt gut. Und das rettet uns. Also es sind jetzt nicht so die schweren Bälle, aber er fängt die meisten Bälle einfach sicher. Auch wenn es, wie gesagt, gar nicht so schwer ist, ist das natürlich gut und positiv anzumerken. Ja, sonst ständs hier bestimmt schon 1-2-0 für Köln. So, und Ecken habe ich immer noch nicht verstanden, wie man die macht. Irgendwie ans kurze Eck und dann Köpfen oder so. Das soll angeblich so OP sein. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin kein Profi. Jawohl, was für ein Scheiß-Tor. 1-2-0. Was hat denn der Torwart gemacht? Was hat denn der Torwart gemacht? Was für ein Scheiß- Ey, wir haben so ein Glück. Wir haben so ein Glück. Wir dürften nicht führen. Wir dürften nicht führen. Guck dir den Torwart an. Ey, ich meine, okay, wir hatten ultra viel Platz und der Pass kam super. Der Sprint von Benjeda war okay. Äh, die anderen haben ihn halt ein bisschen eingeholt. Ich dachte, okay, machst einen Flachschuss. Das hat dann wieder Zeit gekostet, deswegen hätten die mir ihn fast weggenommen, die Gegner. Der Flachschuss war auch absolut broke. Absolut scheiße einfach. Aber der Torwart hat auf jeden Fall Bock gehabt. Weißt du, ich lobe hier unseren Torwart. Und der hier, Torwart, macht so eine Scheiße, ne? Wenn der das die ganze Zeit machen würde, dann könnte ich jetzt zwei, drei Mal aufs Tor ballern und dann hätten wir den Sieg. Sicher. So haben wir natürlich noch nicht sicher. Aber ein 1-0 ist schon mal echt witzig. Boah! Leck mich am Arsch, haben wir ein Glück. Leck's mir am Arsch. Nein! Das ist das 1 zu 1 in der 89. Verdient. Es ist verdient. Ja, ich bin ein Mensch, der ehrlich ist. Was mein Torwart da gemacht hat, warum ich den rausgeholt habe, fragt mich nicht. Da war das Hektik anscheinend einfach auf die Taste gehalten. Wenn ich mir das jetzt so angucke, war das die dümmste Entscheidung ever. Okay, wir gehen nochmal die letzten zwei Minuten auf sehr offensiv. Ja, okay. Er pfeift ab. Ha! Schade natürlich. Schade natürlich. Aber gut, dass wir nicht verloren haben. Unentschieden ist auf jeden Fall okay. Ja, nach Spielzeit das Tor kassiert. Das ist natürlich mies. Ha! Naja. Machste nix. Passiert. Äh, ja, wie gesagt, wenigstens nicht verloren. Das ist eigentlich ganz chillig. Ich nehme jetzt noch die Torwartkette auf. Wie gesagt, die kommt auch am heutigen Tag. Ähm, ja. Den Stream von gestern auch unbedingt angucken. Kostlos abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Haut rein. Bis dahin. Und ciao, ciao! Ciao, ciao!